Guten Tag, ich will dich stören, meine liebe Peja, guten Abend, wie geht es jedem Rebalter? Übrigens, das kleine Buch, das ihr mir mal gegeben habt, die ist wirklich höchst bemerkenswert. Kaum hatte ich angefangen zu lesen, fiel ich in einen Tiefschlaf wie ein Toter. Eingeschlagen, ein Büschel über die Braten ist an ihm, grobiert es fein, röpst heim, greift nur zu, grobiert es doch nicht so zackhaft. Das sagt ich mal, meine Madame, wenn sie ihre Gäste bewirkt, mit furchtigen Nüssen. Greift nur zu, probiert es doch nicht so zackhaft. So, mein Fassbrad hell, dir fiel den Neger im roten Bürke. Lass, 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 dass, wo dein Weg du frechnet und verschädet gehst. Das, 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 dass er sich nicht verhindern. Sag dir, lieber Freundchen, weswegen hast du dich schön gemacht und herausgeputzt? Was gibt's Neues bei euch? Was? Wie geht es deiner erlaubten Herrschaft? Ach, sie kommen gut zurecht, meine Herrschaften! Läge auf, auf! Kacken zusammen wie Turteldeutchen und verschüllen einander bis ins siebte Glied. Aus welchem Grund, aus welchem Grund? Völlig ohne Grund, einfach so Einfach so verbrechen will nach Paris Wahrscheinlich, sagt er, dann zu ihr nach Berlin Sagt sie zu ihm Zum Teufel, zum Teufel, zum Teufel Sagt er zu ihr Du blöde Kuh Sagt sie zu ihr Du Kutscher Sagt er zu ihr Sagt sie zu ihr Du Fänzelsat, du Schneider Du Vogelschweiße Du Schufer, du Nordschneider Du Krumpel, du Schwierster Du Halt, du Halt, du Halt Du Lage, du Zwar, Nordde Du Schufer, du Schufer, du Schufer, du Schufer Amen.